Hallo, ich bin Bern Vogel und von Beruf Bestatter. Ich bin stolz darauf, in der dritten Generation das Familienunternehmen meines Großvaters, Richard Eggers, weiterführen zu dürfen. Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie wir innovativ sein können und haben uns überlegt, wie können wir klimaneutral Verstorbene vom Sterbehaus zum Friedhof bringen. Es gibt viele Möglichkeiten, die aber uns alle nicht zufriedengestellt haben und so haben wir uns überlegt, ein Fahrrad umzubauen, was Särge mit Verstorbenen und Urnen von Verstorbenen würdevoll zum Friedhof bringt. Profitieren von unserer Idee tun alle. Särge werden bereits aus heimischen Hölzern hergestellt. Mit dem Bestattungsradkutsche machen wir noch einen Schritt weiter. Wir überführen die Verstorbenen klimaneutral mit einem elektrisch betriebenen, umgebauten Fahrrad würdevoll zum Friedhof. Damit tun wir Generationen im Voraus etwas Gutes und es würde uns freuen, wenn Sie dieser doch erst einmal auf den ersten Blick ungewöhnlichen Idee etwas Gutes abgewinnen können und davon erzählen. Danke. Danke.